Heute morfen wir Text mit CSS. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS bzw. um das Morphen von Text mit CSS und ein bisschen JavaScript, damit wir das Ganze auch kontrollieren und ein bisschen interaktiver gestalten können. Prinzipiell ist das Ganze nicht wirklich schwer und wir legen damit direkt los. Falls ihr Fragen oder Probleme zu diesem Video habt, ganz oben in der Videobeschreibung findet ihr den Link zur Discord. Dort könnt ihr der Community join, Fragen stellen, Fragen beantworten, Hallo sagen, euch mit Gleichgesinnten austauschen und ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit dem heutigen YouTube-Video. Wie immer als erstes eine kleine Einführung in den Effekt, den wir heute bauen werden, damit ihr auch validieren könnt, ob euch das Ganze was bringt oder nicht. Ihr seht hier schon einen richtig coolen Textmorph-Effekt. Das Ganze ist nicht wirklich schwer basiert, hauptsächlich auf dem CSS-SVG-Filter-Interaktionsgeschichte namens GUI, die wir schon in diversen Videos verwendet haben, um so einen Gummi-Effekt zu erzeugen. Prinzipiell ist das Ganze nicht wirklich schwer und es handelt sich hierbei um eine Abwandlung eines bestehenden Effektes. Was heißt, ich habe mir diesen Effekt nicht selbst überlegt, sondern ich habe diesen auf Stack Overflow bzw. auf CodePen gefunden und der sieht so aus. Der Link zu dem Repository bzw. zu dieser CodePen-Seite ist in der Videobeschreibung verlinkt. Hier hat nämlich Valgo diesen Effekt erzeugt. Dort habe ich ihn zumindest das erste Mal gesehen, ob er wirklich von dort kommt, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ich hier runterscrolle, ist das halt sehr viel JavaScript. Also man sieht das hier auch und vor allem ist das hier mit Fraction gemacht, also dass quasi ein Widerstand erzeugt wird innerhalb einer Animationsloop. Das Ganze funktioniert wunderbar, wie man es hier sieht. Wir machen das allerdings nicht so, sondern wir machen das mit CSS-Klassen und ich finde, das funktioniert noch ein klein take besser bzw. ich finde es einfach angenehmer, Animationen nicht mit JavaScript zu berechnen, sondern einfach nur den State mit JavaScript zu berechnen und die Animationen an sich in CSS zu definieren, weil es meiner Meinung nach einfach ein bisschen sinnvoller ist. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr seht hier schon meine standarde Entwicklungsumgebung. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ich die auch erkläre. Ansonsten das, was hier alles an der Seite steht, das brauchen wir eigentlich nicht, sondern wir haben hier nur unsere Index-HTML, eine Main-SAS, die ist noch relativ leer. Hier habe ich nur schon meinen Standard-Boiler-Plate-Code importiert und hier haben wir eine komplett leere Main.js. Diese drei Dateien brauchen wir und werden wir jetzt mit Leben füllen, aber als erstes beginnen wir hier mal mit der Index-HTML. So, dann legen wir mal los mit HTML und ihr seht hier schon einiges. Und zwar haben wir hier oben einmal eine Div-Box und hier diese Div-Box hat die Klasse Container und dann haben wir zwei Spans mit jeweils der Klasse Words und einmal die Klasse Show. Und wer schon ein bisschen State-Animations-Handling in CSS betrieben hat, der weiß genau, was diese Show bedeutet. Das haben wir nämlich in eigenen Videos schon gemacht. Und zwar prinzipiell bedeutet diese Show einfach nur, dass hier dieses Element gerade den CSS-Animations-State-Show besitzt und wir mithilfe dieser Klasse später die Animationen wechseln. Also wir hier beispielsweise dann Show einblenden und hier ausblenden und dann, dass dieses Element sich ausblendet und dieses sich einblendet. Also Show ist quasi unser variabler State-Handler in Form einer CSS-Klasse. Ansonsten haben wir hier eine ID mit Next und eine ID mit Current. Da haben wir die beiden Worte, die wir gerade tauschen. Das ist ganz wichtig, dass wir die eindeutig identifizieren können, sodass wir die hier später mit HTML bzw. JavaScript wirklich reinschreiben. Ansonsten haben wir hier noch dieses SVG-Element und dieses SVG-Element hat eine ID namens Filters. Das ist eigentlich nur wichtig, damit wir das SVG-Element mithilfe von SAS aus unserem View-Bereichs rausschieben, damit es keinen Platz wegnimmt und euer Layout nicht zerstört, weil ihr müsst dieses SVG-Element in eurer Index-HTML oder in eurem HTML-Code versehen, sodass ihr von CSS darauf zugreifen könnt. Ansonsten ist ganz entscheidend, dass wir hier ein sogenanntes Dev-Tag haben und diese Auszeichnung bedeutet für uns eigentlich nur, dass alle Filter, die sich darin befinden, in CSS genutzt werden können mithilfe der ID. Also wir können in CSS mithilfe der ID auf Morph zugreifen und damit auf diesen SVG-Filter und den auf ein HTML-Objekt, wie zum Beispiel unsere Spans hier oben, anwenden. Das Coole daran ist, dieser Effekt eigentlich, den erkläre ich jetzt nicht. Den habe ich in eigenen GUI oder so Gummi-Videos, wo wir so lustige Kugeln gebaut haben, die sich zusammenmaufen können und solche Geschichten. Habe ich schon ziemlich ausführlich erklärt. Sucht einfach danach, dann findet ihr das. Oder ich verlinke es unten in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Prinzipiell ist es aber schon unser gesamter HTML-Code und jetzt gucken wir mal an, wie wir das Ganze schon mal ein bisschen wenigstens anfangen zu stylen. So, dann legen wir mal los mit dem Stylen und das Erste, was wir hier machen, ist, ich copy-paste mir Code zusammen. Das finden viele von euch natürlich nicht so gut, aber diesmal ist es nur eine URL von Google Fonts, weil wir nicht meine Standard-Lato- bzw. Roboto-Font nutzen, sondern eine, die so ein bisschen ründlicher ist. Außerdem wollen wir eine sehr dicke Font, damit kommt dieser Effekt einfach noch viel besser zum Tragen. Das nächste, was wir machen, ist, ich kopiere mir nochmal etwas und zwar kopiere ich mir Filters, also die ID unseres SVG-Elementes und sorge mit Position Absolute, Top 0, Left minus 100% und Set Index minus 1000 sowie Opacity 0, dass dieses Element wirklich komplett außerhalb unseres Fuse-Bereich liegt. Theoretisch könnte man sich einige dieser Attribute sparen, aber ich habe in der Vergangenheit herausgefunden, dass es bestimmte Edge-Cases gibt, wo Position Top 0 und Left minus 100% nicht ausreicht. Das Ganze speichern wir ab, aber es passiert erstmal gar nichts. Das Einzige, was nämlich hier drin passiert ist, wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, ist, dass unser SVG-Element außerhalb unseres Bodies quasi jetzt hier nicht mehr so gut zu sehen ist. Also es ist jetzt quasi einfach hier rausgeschoben worden und das ist ganz wichtig, dass wir das gemacht haben, sodass das unser Layout nicht zerstört. Das nächste, was wir machen, ist, wir gucken uns hier unseren div-class-Container an und unser Container ist einfach eine Klasse und hier sagen wir, okay, wir machen erstmal Position, allerdings müssen wir erstmal was machen und zwar sagen wir hier, das ist unser Current Word und das ist unser Next Word, dass wir auch was sehen, auch wenn wir es noch nicht setzen. Hier sagen wir jetzt Position und hier sagen wir Relative, weil unsere Wörter sollen sich anhand unseres Containers ausrichten und hier brauchen wir deswegen auch noch Display Flex und wir brauchen außerdem eine Weite, in unserem Fall sage ich jetzt mal 100 View Width und eine Höhe 100 View Height. Außerdem sage ich hier drin jetzt erstmal speichern. Erstmal passiert jetzt nicht, bis auf, dass unsere Wörter sich theoretisch jetzt komplett zentriert ausrichten sollten. Warum tun sie das nicht? Also sie sind ganz da oben. Ja, ist ja auch korrekt, ist jetzt hier 100% Höhe und Weite. Das passt also. Was wir jetzt aber machen, ist, wir fügen unseren Filter ein und unser Filter ist ganz einfach, wir sagen Filter und hier sagen wir URL. Damit referenzieren wir jetzt einfach unser Filter-Element. Man sieht es hier auch schon, a filter reference to a filter tag. Also wir suchen uns jetzt an unserem HTML-Code unseren Filter und der heißt Morph. Das ist halt die ID, die wir da gesetzt haben. Außerdem sage ich hier, wir haben noch zusätzlich ein Blur von 0,5 Pixeln. Das Ganze speichern wir jetzt ab und in dem Moment passiert hier nichts, außer dass hier oben unser Text jetzt ein bisschen blurry ist, dadurch, dass wir den hier unten gestaltet haben. Mehr haben wir aber noch gar nicht gemacht. Aber wir haben hier drin ja zwei Span-Elemente mit jeweils der Klasse Words. Das wollen wir natürlich jetzt hier drin auch noch stylen, deswegen sage ich jetzt Punkt Words und als erstes machen wir mal ein bisschen Font. Und ich habe hier oben schon die Railway-Font eingebunden, die müssen wir jetzt natürlich noch importieren, deswegen sage ich von Family Railways und wir sagen auch die Positionierung, also Top-Left 50% mit dem Absolute, damit sich das an Container ausrichtet und nicht an der oberen linken Ecke. Außerdem müssen wir halt noch sagen, okay, wir müssen das Ganze auch dann wieder ein bisschen entgegenwirken, damit es wirklich zentriert ist. Das machen wir mit Transform, Translate und dann minus 50% auf der X- und Y-Achse, speichern das Ganze ab und jetzt sehen wir hier schon, unsere Elemente liegen übereinander. Um das ein bisschen besser zu sehen, machen wir jetzt auch mal die Font Size ein bisschen größer und sagen hier Font Size 10rem, außerdem die Farbe Color und in unserem Fall sage ich Prime. Das Ganze speichern wir jetzt ab und ihr seht hier, unsere Elemente sind übereinander, das ist vielleicht ein bisschen sehr groß, machen wir mal 4. So, jetzt sehen wir, unsere Elemente liegen hier übereinander, was heißt, wir haben hier Next und Current komplett zentriert übereinander gelegt und das ist schon mal super. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist einmal Font White, und zwar 700, beziehungsweise haben wir nicht sogar 900, ja, wir haben hier sogar 900 importiert, also setzen wir hier das Ganze mal auf 900 und jetzt haben wir hier eine richtig dicke Font, das funktioniert also schon mal super. Aber was genau müssen wir jetzt machen, damit sich diese Geschichte hier animiert? Prinzipiell brauchen wir dazu, ja, Animationen, und zwar in CSS, das machen wir mithilfe des Add-Attributs und dann Keyframes. Hier sagt er mir jetzt schon Namen, in unserem Fall sage ich jetzt New und die einzige Animation, die wir hier haben, ist, wir haben Filter, bei New sagen wir Blur von 100 Pixel und Opacity von 0 wollen wir das Ganze sichtbar machen zu Filter, Blur, 0 und wer jetzt raten kann, der weiß Opacity 1. Okay, das funktioniert schon mal super. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch revidieren können. In unserem Fall sage ich dazu, wir haben eine weitere Animation, die heißt Old und das Einzige, was wir hier jetzt machen, wir schieben das mal nach oben, sagen hier, das ist jetzt unser 100% State und das ist unser 0% State. Das heißt, wir haben das einfach nur einmal gedreht, sodass wir jetzt zwei Animationen haben, die quasi dasselbe machen, nur andersrum. Das Ganze ist jetzt nicht wirklich wichtig, wir brauchen hier jetzt aber unsere Default Animation und dazu sage ich Animation und unsere Default Animation ist Old, also dass das Ganze nicht sichtbar ist. Es wird quasi von sichtbar zu unsichtbar und damit das Ganze hier auch unsichtbar bleibt, brauchen wir Forwards, damit bleibt quasi der letzte Animationsframe einfach bestehen mit dem Element und wir sagen, das Ganze dauert drei Sekunden. Wenn wir das jetzt also abspeichern, dann seht ihr, hey, das ist gerade beides per Default einfach ausgeblendet. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Seite hier speichere, seht ihr, es blendet sich direkt wunderbar aus, beide Wörter. Und das müssen wir jetzt natürlich verhindern und wie vorhin schon gesagt, haben wir hier drin in unserem ersten Span Element zwei Klassen, nämlich einmal unseren State Show. Und wie gerade auch schon angekündigt, ist das hier eine CSS-Klasse, was heißt, wenn unsere Klasse Words gleichzeitig die Klasse Show hat, dann wollen wir auch eine Animation triggern, allerdings nicht Old, sondern, wie man raten kann, New. Und das Ganze soll deutlich schneller gehen, nämlich 500 Millisekunden. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment seht ihr, Current bleibt eingeblendet. Wenn ich das Ganze jetzt also abspeichere, seht ihr, funktioniert wunderbar unsere Animation. Wir können das Video jetzt hier beenden und sagen, hey, unsere Animation funktioniert und wir könnten jetzt einfach einen Infinity Loop bauen zwischen diesen beiden Elementen, dass die beiden Wörter hin und her animieren die ganze Zeit. Oder man könnte das auch machen, dass man ganz viele Spans macht und die dann quasi Step by Step durchanimiert, immer einblendet, ausblendet, einblendet, ausblendet und so weiter. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen das Ganze mit die JavaScript handeln und damit machen wir es weiter. So, wenn wir jetzt mit JavaScript loslegen wollen, ist das Erste, was wir machen, wir gehen zurück in HTML und löschen hier einmal Next und Current als Text raus und speichern das Ganze ab. Jetzt sehen wir hier an der Seite nichts mehr und jetzt kopiere ich mir hier ein bisschen was rein. Und zwar einmal brauchen wir unsere beiden Spans. Also wir brauchen diese beiden HTML-Elemente, die definieren wir als Old Word und New Word und gehen hier mit Document, Query Selector und dann der jeweiligen ID darauf, sodass wir die in JavaScript refinanzieren können. Das Nächste, was wir machen, ist, wir brauchen natürlich eine Liste von Wörtern, also einfach ein String-Array mit dem Namen Words und hier können eure Wörter drinstehen. Das können ganz viele sein, es können ganz wenige sein. Ich würde nur nicht empfehlen, ganze Sätze reinzuschreiben. Es funktioniert, aber es sieht nicht so schön aus. Und die letzte Variable, die wir brauchen, ist einfach nur einen aktuellen Index unseres Elementes, das gerade zu sehen ist. Wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, passiert natürlich nichts, sondern wir brauchen hier erstmal unsere beiden Wörter, nämlich einmal Old Word und New Word und hier sagen wir jetzt, okay, Text-Content wollen wir definieren aus unserem Word-Array und wer sich das jetzt denken kann, weiß natürlich, wir setzen hier unseren Current rein und hier unten fügen wir das einmal ein und addieren hier plus 2 drauf. Das Ganze speichern wir jetzt ab und ihr habt hier gesehen, unsere Animation hat schon wunderbar funktioniert. In dem Beispiel, was ich am Anfang gezeigt habe, habt ihr ja gesehen, er hat das oder in der ursprünglichen Version war das in einem Animation-Frame. Animation-Frames sind natürlich sehr performant, bringen viel, aber wir animieren gar nicht mit JavaScript, deswegen brauchen wir keinen Animation-Frame und wir sagen einfach, wir nehmen hier einen Intervall, weil wir nur zwischen verschiedenen States hin- und herswitchen wollen in einem bestimmten zeitlichen Abstand und so können wir uns auch diese ganze Logik sparen mit einer Pause, weil zwischen einem Intervall passiert nichts, wir zwischen nur zwischen zwei verschiedenen States und was wir in unserem Intervall machen wollen, alle 1000 Millisekunden, das bedeutet diese 1000 hier unten, wir wollen unsere Current Word hochzählen. Das speichere ich jetzt einfach mal ab und ihr habt gesehen, es hat sich was verändert. Es verändert sich jetzt nicht viel, bis auf, dass hier alle 1000 Millisekunden diese Variable hochzählt und man sieht hier natürlich nichts. Hier drin müssen wir jetzt nämlich noch etwas definieren, und zwar eine Funktion. Diese Funktion heißt StartMorph. Die existiert natürlich noch nicht, das sollten wir jetzt ändern, und zwar sagen wir hier, okay, es gibt eine StartMorph-Funktion, die erwartet keine Parameter von uns, sondern die startet eine weitere Funktion. Das ist natürlich wieder schön, und zwar die AnimateWord-Funktion. Diese AnimateWord-Funktion existiert auch noch nicht, die müssen wir also auch definieren, die erwartet auch keine Parameter von uns, allerdings erwartet die unsere beiden Wörter, nämlich einmal Old Word und New Word. Und hier erwartet sie eine Classlist, und hier toggeln wir unseren Event Trigger. Und unser Event Trigger ist in unserem Fall, wie schon mehrfach gesagt, unsere Klasse Show. Das heißt, wir wollen immer, wenn wir diese Funktion aufrufen, wollen wir, dass eine Klasse, nämlich Klasse Show, getauscht wird. In unserem Fall ist es also deswegen ganz wichtig, dass unser initialer Wert, unser erster Wert, hier automatisch schon die Klasse Show gesetzt hat, damit dieses Skript funktioniert. Wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern, dann seht ihr, dass sich das jetzt hier immer hin und her switcht, aber nur zwischen den beiden Wörtern, die quasi gesetzt sind, nämlich einmal warum und das. Und jetzt kommt nämlich der Punkt, hm, das funktioniert nicht so gut, wenn ich nur zwischen diesen beiden Wörtern hin und her tausche, weil wir setzen unsere Wörter ja noch nicht. Und dafür brauchen wir eine weitere Funktion, nämlich die Funktion Set Words. Und die müssen wir hier unten in Start Morph aufrufen. Allerdings, wenn wir hier einfach die Funktion aufrufen würden, funktioniert das nicht, sondern wir brauchen hier ein Timeout. Und dieser Timeout braucht eine bestimmte Länge, und zwar 750 Millisekunden. und die bezieht sich auf diese Animationsgeschwindigkeit, also auf diese 500 Millisekunden. Ich habe damit ein bisschen rumgespielt, bei 750 sah der Effekt am besten auf, deswegen ist er hier drin. Das nächste, was wir hier drin nämlich machen, ist, wir sagen jetzt, wir haben eine Funktion Set Words. Und unser Wort, was wir hier setzen wollen, ist in unserem Fall jetzt einfach das Old Word. Und wir rufen diese Funktion zweimal auf, nämlich auch für das New Word. Und diese Funktion müssen wir jetzt natürlich auch noch definieren. Und diese Funktion erwartet von uns ein Parameter, das heißt, wir müssen hier Element reinschreiben, weil das ist das, was wir erwarten. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, Element Punkt, und hier sage ich auch Text Content, Words, und hier sage ich jetzt Current Word, speichere das Ganze ab, lasse es so, und jetzt seht ihr, wie das hier im Prinzip hochzählt, aber das sieht alles falsch aus. Das sieht alles nicht richtig aus, weil sich unsere Wörter immer wiederholen, und es wiederholt sich auch nicht endlos. Wenn wir hier jetzt mal unseren Chrome Developer Tab aufrufen, können wir das gleich auch ein bisschen genauer angucken. Und das Erste, was wir jetzt hinzufügen müssen, ist etwas, was ich auf Stack Overflow vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe, kannte ich selbst noch gar nicht. Und zwar kann man hier einfach Mundo und dann die Länge des Arrays einfügen, und in dem Moment haben wir nämlich die Situation geschaffen, dass wir hier endlos durchgehen, egal wie oft das passt. Das heißt, ihr seht, es startet immer von vorne, egal wie lang das geht, und das finde ich ein super praktisches Snippet, was ich echt noch nicht kannte. Also ich habe das immer total aufwendig gemacht, im Nachhinein total blöd. Aber dieses funktioniert so nicht, sondern wir müssen hier immer auf das Zweite gehen, also nicht das Nächste, sondern das übernächste Element in unserem Array. Was heißt, von warum wollen wir nicht auf ist wechseln, sondern von warum wollen wir auf das wechseln. Aber das Ganze dürfen wir nicht einfach so machen, sondern das Ganze müssen wir mit einer Bedingung machen. Das heißt, wir wollen nur das Wort machen, wenn hier unser Element in seiner Classlist eine Klasse besitzt, und zwar die Klasse show. Und zwar nicht, wenn die gesetzt ist, sondern wenn die nicht gesetzt ist. Was heißt, wir wollen nur das Wort wechseln, wenn unser Element gerade nicht zu sehen ist. Und wenn wir das Ganze jetzt abspeichern, dann sehen wir hier, warum das so cool. Und irgendwo ist da noch ein Fehler, oder? Ah, hier ist natürlich der Fehler. Nicht 1, sondern plus, nicht plus 2, sondern plus 1. Warum ist, ja, jetzt sieht es cool aus. Jetzt funktioniert es wunderbar. Und ihr seht hier unten, dass die Wörter immer nur tauschen, wenn die Klasse show nicht zu sehen ist. Und das ist ziemlich wichtig und ziemlich cool, weil so können wir den Morph-Effekt starten, dass wir die Wörter gleichzeitig überblenden und nicht mittendrin einfach tauschen. Sondern wir tauschen die Wörter nur, wenn sie gerade komplett nicht mehr zu sehen sind. Und so haben wir einen wirklichen Morph-Effekt zwischen verschiedenen Wörtern. Ihr seht, es ist nicht wirklich viel JavaScript-Code, es ist eigentlich noch viel weniger CSS-Code und von HTML ist nicht der Redewert. Also schreibt doch mal in die Videokommentare, auf welcher Seite ihr das einsetzt, oder ob es überhaupt Sinn hat, auf eurer Webseite so etwas einzusetzen. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social-Media-Links, wo ihr mich reißen könnt. Oder ihr findet dort auch Affiliate-Links, wenn ihr diesen Schellen Support möchtet. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.